Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead. Es tut mir wirklich leid, dass schon lange nichts mehr gekommen ist, aber es gab ein paar Schwierigkeiten mit allen möglichen Sachen des Lebens. Jedenfalls sind wir jetzt wieder zurück und wir starten sofort wieder durch. Es tut mir leid, bleib weg von mir. Es tut mir leid. Hätte ich auch. An meiner Stelle wurden 30 Zentimeter gekürzt. Und über 50 pounds heavier. You wouldn't get scared as much. With your arm and my leg, I'll cripple fight you right here, buddy. Oh, I still got this one. I can put my right palm on your forehead and just let you swing away. Fine. You win, jerk. It's so weird. I keep doing a double take on your arm, expecting it to be there. I'm hoping whatever's in their right is gone, too. What do you think the odds are of that? I don't know. I know everyone's wondering. Even if it just slows down the process, I'd be happy. You don't mean that. So when we get this guy, what do you think? We just get Clementine, that's the focus. Despite how I feel, I can let vengeance me the thing. Sure. But if it's not that easy... We'll do whatever it takes. And, you know, whatever happens to you... Seriously, can we not talk like that? The entire time we were at the hospital, I could sense you think you're as good as dead. I was bitten, Krista. You cut it off. What good is it to plan around that working? What good is it for you to give up? I haven't given up. Ich will, dass ihr sie aufnehmt. Ich will, dass Kenny sich um sie kümmert. I want you guys to take her. Stop it. I'm serious. She'd be safe and relatively happy with you two. We're not doing this right now. Krista, listen to him. It's what I want, okay? Alright. I'm out of gas. You look good and rested. Sure. If you don't count an infected leg. You want me to do it? Nah, and you can hop in after me. Ja, es geht schon mal voran. Das ist doch schon mal gut. Was meinst du, verdammt? Fühlt sich immer noch wie frisch abgehakt an. Es fühlt sich immer noch wie frisch abgehakt an. So, ich weiß nicht, Kenny fühlt sich nicht so gut, wie du erwähnt hast. Ich meine, du denkst, es funktioniert? Hat es, hat es alles geholfen? Ah, das wird gut, Ken. Ja, es wird gut, Ken. Warum bist du so, wie was passiert ist, nicht passiert? Ich bin, wenn du so, wie es nicht passiert ist. Ich bin, wenn du so, wie du so ausfacst. Bits in Pieces. Well, he can't fight for shit. Well, look at him. Hey, soft as rotten fruit. Like you guys didn't have enough problems without punching each other in the face. Yeah, he had to knock some sense into me before we met you on the train. Schnee von gestern. It's all water under the bridge. All we can do is move forward. Well, cheers. Nee. We must den klaren Kopf bewahren. I'm through. Uh-oh. No walkers. Things are looking up. Ja, wie lange noch? Everyone keep a goddamn eye out. This place seems pretty sealed off. Well. Whoa. Das ist vielleicht die richtige Wahl. Das alles getan, was du konntest. You did everything you could. No, Lee. I could have been a better husband. Better father. Could have been a better friend. So let's figure out a way out of here. Get that little girl. We should move. Yeah. Got at least one shot left. Let's clear the room before we move on. Lee, figure out where we're headed. Okay, dann machen wir das mal. Gut. Wir sind hier in der zweiten Doppelaushälfte, kann man sagen. Guck mal aus dem Fenster. The streets are full. 100 of them. Mein Gott. Schlechte Idee, in der Stadt zu gehen, aber... Yeah, gut, da nicht, aber gut. Was gibt's hier noch so zu sehen? Die Tür, eine Tür. Da gehen wir aber noch nicht durch, oder? Scheiße, das sind auch Mocker. Okay, wir reden mal mit Kenny. Okay. Dann das tote Paar. Sie haben sich wohl für den Freitod entschieden. Vielleicht besser. Vielleicht zusammen. Balkontür. Durch die könnten wir da durchgehen? Was ist hier? Ein Medaillon. Was nimmst du das? Art? Nee. Oh, mein Gott. Es ist krank, aber... Denk an all die Schmerzen, die erweigte. Wir reden noch mit Chris, bevor wir durch den Balkon... ...durz... Ja, darüber gehen. Scheiße. Ich glaube, Crawford würde sie auch bekommen. Und Fernseher. Judging by the decor of this room, I guess they were PBS Watchers. Hey, mein Elternhaus sieht so ein bisschen wie das. Und sie sehen Kung-Fu-Movie. Okay. Okay, jetzt gehen wir durch die Balkontür. Hier kann man nirgendswohin gehen, hingucken. Ja, das ist er wahrscheinlich auch. Jop. Bei Korn. Wieso müssen wir immer als erstes dahin? Aber es hat funktioniert. Sehr gut. Los, alle rüber, alle rüber. Kenny, du auch. Sehr gut. Du machst das gut. Ich kann nicht aufhören. Bist du bereit? Du machst das gut. Ich bin nicht. Aber ich versuche, Mann. Was ist passiert? Ich bin nicht. Ich bin nicht. Also, da geht man auf jeden Fall drauf, wenn man da runterfliegt. Ist halt vorsichtig. Nicht runtergucken, nicht runtergucken. Das sieht so sicher aus. Puh, nichts passiert, gut. Ich sehe keine, diese Sache könnte einstürzen. Ich sehe keinen da drüben. Du kannst sie hören, richtig? Wir sind alle desensitiert, aber ich kann sie trotzdem riechen. Lass uns gehen, ihr Bunche Lolligaggers. Scheiße. Wir müssen es zurückholen, vergiss es einfach, na großartig. Wir müssen es zurückholen. Das ist unser Lightflyer-Tour. Aber wir können diesen Mann ohne ihn finden. Und was, wenn wir nicht? Wir brauchen alle clue, die rauskommt. Lee ist richtig. Ich bin so fucking sorry. Es ist okay. Wir müssen einfach herausfinden, wer da runter geht. Nein, wir können nicht. Christa! Jesus fucking Christ! Christa! Scheiße! Los, 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 suchen, suchen. Hier, nicht einen Pfosten. Okay, sehr gut. Er hat gut. Gut, danke. Ah, okay, gut. Hochziehen. Boah, nein. Los, gleich nochmal. Scheiße. Ja, wieso springt sie denn nicht hoch und greift auf der Hand? Oh. Nein, wir... Was machst du denn? Geh sie, Ken! Ich kann nur so vieles sagen und nicht machen was. Komm, rech sie! Ich habe dich, Herr. Schau sie. Geh sie, geh. Geh sie, hör sie mich? Los, hoch mit dir. Hoch. Hoch, hoch, schneller. Und jetzt Kenny, los, 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 los. Wo bist du? Leute, wo ist hin? Scheiße. Fuck it. Scheiße, nein, nicht Kenny. Er ist tot, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er weggerannt. Vielleicht wird uns finden. Er fuhr da für dich. Ich weiß, er fuhr. Er... Scheiße, scheiße, scheiße. Er... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Konzentrieren wir uns, Kenny war mein Freund, der... äh... ja. Ja, das müsst ihr. Na gut. Ja, das müsst ihr sehen. Ich gehe zuerst, falls irgendwas da passiert. Du bist sicher? Ja. 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 Okay. Bissen wurde gegessen. Wurde. Und ja, naja. Wir sehen uns dann morgen auf jeden Fall. Morgen kommt die nächste Folge. Und bis dahin. Haut da rein. Ciao. Ja.